So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold Crusader. Ich bin's wieder, Manu. Wir befinden uns in Mission 17. Und zwar sind wir in dem Part hier rundherum umzingelt von dreimal dem Sultan und wir befinden uns in der Mitte auf der Karte und das ist echt keine besonders gute Position zu Anfang, weil wir uns in alle Himmelsrichtungen verteidigen müssen. Aber das seht ihr gleich, wenn ich auf der Map hin und her scrolle, seht ihr das? Das ist echt schon ein bisschen anspruchsvoller jetzt das Ganze. Und wir brauchen jetzt erstmal viel, viel Essen und schnell Nahrungsgebäude und ein paar Hütten, dass wir auch Arbeiter haben. Wir benötigen Holt, eine Nachricht vom Sultan. Wie Taube schläft, der Falk geflüchtet. So, wer die Mission nicht kennt, ähm, hier muss man aufpassen, da die alle Sultan gerne mit Sarazen kämpft, ähm, muss man frühzeitig die Mauern verstärken, dass er nicht so ins Lager eindringen kann. Deswegen stelle ich jetzt hier einen quadratischen Turm hin und da kommen gleich lauter brittende Bogenschütze drauf. Die Sterne blicken chämisch auf euch herab. Lass mich. So, hier muss man halt gucken, dass man sich zu Anfang sehr stark, ähm, auf die Verteidigung, äh, erstmal stark auf die Verteidigung setzt. Und dann später, ähm, sich ein Gegner nach dem anderen vornimmt und sich erstmal die Ressourcen krallt, die auf der Karte noch üblich sind. Das ist eigentlich so hier das Hauptaugenmerk auf der Karte. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So, jetzt holen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Holz. Wir werden überfallen. So hier, dass, ähm, dass wir ein paar Holzfällehütten bauen können, dass wir selbst, äh, Holz produzieren. Wir benötigen Holz. Nein, wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz, wir brauchen Holz. So, jetzt muss man erstmal kurz warten. Jetzt muss, wie gesagt, jetzt muss man halt auffassen, ja, der kommt jetzt hier schon mit Salatzen an und so. Da müssen wir jetzt halt ein bisschen gucken, ähm, dass der am Anfang nicht so in die Festung reinnet. Und dann ist es eigentlich, äh, auch diese Mission eigentlich, äh, relativ einfach in der Pantole zu halten. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das Problem hierbei ist halt, hier ist halt der Platz sehr eng zum Bauen. Und da muss man schon ein bisschen gucken, was man wie, wo hinbaut. Kann man nicht so freizügig, erstmal nicht so freizügig bauen wie sonst auf den anderen Maps. Aber wie gesagt, das ist alles, ähm, keine Probleme, wenn man sich da ein bisschen mit dem Spiel auskennt, mit der Materie und weiß, wie man bauen muss. Dann passt das alles. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Hm, der May, der Maylord und Maylord und Gaylord, ich kann das schon nicht. Ich krieg das schon auf die Reihe hier, lass mich mal. So, jetzt brauchen wir oben noch ein paar Ochsen hierher. Dann bauen wir hier noch ein Steinlager hin und noch ein Steinlager. Man rückt dem Lord so lange weg. Ey, wie ist denn der jetzt da reingekommen? Lol. Lass mal ein Lord in Ruhe. Okay, scheinbar hat er sich schon irgendwo gewegt. Ach, hier oben. Guck mal, hat er sich den Weg durchgeschlagen. Das ist nicht episch. Müssen wir schnell die Laufwege zumachen. So. Das heißt, erstmal ein paar Feuertöpfe bauen. Und dann müssen da oben Bogenschütten drauf. Und ein paar Schleuder da. So, schnell hier oben hin zur Verteidigung. Verteidigung ist hier alles am Anfang. Ihr seht es schon. Aber das ist eigentlich kein Sprechen, das Ding. Ah, der Himmel war dem Sultan heute nicht gut gesonnen. Der Ralfried ist komplett. Jetzt haben wir da auch eine relativ gute Verteidigung. Eine Nachricht vom Sultan. Ah, der Himmel war dem Sultan heute nicht gut gesonnen. Wir zeigen, dass das nicht erstmal die Erzvorkommen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ah, hier unten passt noch eine Apfelplantage hin. Sehr gut. Nö. Müsste eigentlich noch eine hingehen. Ah. So. Wollte schon sagen. Dann können wir uns hier noch die Steinvorkommen holen. Aber, ähm, ich werde jetzt mal kurz nach den Gegnern gucken. Ich denke mal, ich werde hier erst hier oben den Sultan Abdul angreifen. Dann können wir nämlich hier oben das Ganze, die Steinvorkommen und die Oasen nur zu uns beanspruchen. Und die anderen beiden hier unten, die Süden, die greifen wir dann zum Schluss an. Dann werde ich das auch machen. Wollen wir erst nur noch ein paar Hütten. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ja, das ist schon mal sehr nice aus. Eine Nachricht vom Sultan. Brauchen wir Truppen. Kamele sind unruhig. Truppen, Truppen, Truppen. Riechen ein schlechtes Umnen für euch. Meine Kamele sind nicht unruhig. Ich lasse meine Kamele nur. So. So, sollen wir 20, 30 Bogenschützen. Und wenn wir die jetzt haben, stellen wir die oben auf das Burgtor hier. Die können dann die ganze Zeit hier in die gegnerische Festung schießen und die Feinde schon mal dezimieren. Dann haben wir schon mal im Norden schon mal durch, schicken da gleich noch ein paar Meuchler hinterher und dann ist der Tod. Die Sterne blicken heimisch. Und dann machen wir einen Gegner noch am anderen schön down. So, und muss mal gucken. Da hat der Gegner wieder ein paar Mauern eingesetzt. So, das kennt ihr mittlerweile die Sprüche, dann wird gleich einer angreifen. Du Bauer. Bin ich mal gespannt, wer von beiden gleich angreifen wird. Äh, wer von den dreien. Vorwärts! Vorwärts! Na was, dann töte die Pardo. So, schnell da hoch. So, holen wir schon noch ein paar Schleudermänner. Wenn wir die Salat 10 abwenden können. Hier oben können wir uns noch ein bisschen Erz knallen. Hier muss auch ein Eisenerz gebaut werden, das sei ja. Oh, oh, der hat da oben die Mauern kaputt gemacht. Nicht gut. Ohne Eppel. So, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen nach Nahrung gucken. Erstens Vorrede ein bisschen aufstatten. Wow, hat der da unten viele Salat 10. Jetzt müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Nicht gut. Das heißt, ich mach jetzt auch ein paar Salat 10. Mach so 10, 20 Stück. Und wir unten in Süden noch eine Kontrolle haben. Nein. Hat mich gerade ein Loch in die Mauer geschlagen. Eigentlich auch, weil ich stehe zu diensten. Sie haben keine Sorge. Wow, episch, episch. Epische Kampfszenen in meiner Burg. Aufpassen, Männer. Kämpf zu den Waffen. Oh, 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 oh. Wow. Es geht nicht aufpassen, weil er schnitten. Aber ein bisschen auflassen. Und wie ich dael mateix? Oh, was ich post an? Ich versuche, auch immer was manieren. Also, ich werde mich niemals проверigen. Vielen Dank.